Die Wissamara des Fördervereins Pöhler Kogge zeigt seit Anfang April wieder Flagge im Wissamara-Hafen. Im Zuge eines Segeltörns ist die Wissamara in der Wissamara-Bucht unterwegs gewesen. Der Entwurf für das Schiff stammt ursprünglich aus dem 14. Jahrhundert. 1999 wurde das Wrack vor Timmendorf geborgen und daraufhin nachgebaut. Die mittelalterliche Kogge besteht größtenteils aus Kiefer. Mit einer Länge von 31 und einer Breite von 9 Metern ist sie eine der größten Koggen aus der Hansezeit. Der Mast hat eine Höhe von 32 Metern. Neben der Besatzung von 10 Leuten können weitere 55 Personen mitsegeln. Der Verein bietet Segeltörns an, die Begeisterte online buchen können. Seit 15 Jahren wertet die Pöhler Kogge den alten Holzhafen mit ihrem Anblick auf.